Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play, Super Mario Maker. Im letzten Part haben wir irgendwas gemacht, ich weiß es nicht. Wie ihr seht habe ich einen neuen Level, Bowser's Wolkenschlacht, den werde ich euch jetzt zeigen, den Level, denn ich finde ihn sehr interessant gemacht, ich weiß, ein Lob stinkt, aber es stinkt nach Verfügung. Egal. So. Abschlussrate 6,38%, 3 von 47 ans geschafft. Klingt machbar. Gucken wir uns das mal an. So, hier am Anfang erstmal der totaler Horror. Und jetzt wird's interesting. Nicht da gegen das Krampolin springen. Sonst habt ihr ein Problem. Mit Gesult geht das. Hektik. Hilft hier nicht. Timing ist alles. Nein! Die rutsch noch mal. So soll man es nicht machen. Das war knapp. Da, da, da. Oh, nice. Ja. So, jetzt Yulan. Dann Yulan. So. Schön, traurigst du dich. Hier kommt ein Trump. Schön. Und hier ist der erste Checkpoint. Der Trump da unten kann er ihn gar nicht erreichen. Das werde ich nochmal so angerten. So, jetzt gibt es eine kleine Vereinfachung. Wenn ihr den Checkpoint... Wenn ich nicht... Wenn ihr den Checkpoint hier benutzt, dann seht ihr, das Trampolin in der Wolke ist weg und kann euch nicht mehr nerven. Also, das ist ganz praktisch. Wer natürlich den schweren Weg will, der kann gerne sich mit dem Trampolin da noch umstreiten. Aber ich sag euch, das ist wirklich schwer. So. 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 Der Trump hier, der nervt noch ein ganz kleines bisschen. So. Ich empfehle das mit dem Trampolin schon weg kritisch. Ist aber schaffbar. So viel zu, der Trump nervt mich. Ihr habt da schon Musikblöcke gehört. Und ja, ich habe diese Notenblöcke gemacht. Ich habe mich mal versucht an Musikleveln. Aber jeder Gegner macht einen anderen Ton. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Jeder Gegner macht einen anderen Ton. Und ja. Gut. Ich habe da was probiert. Ich habe nämlich in diesen Level Bossmusik reingemacht. Aber keine bekannte, sondern als eigene. Das ist schwer. Oh, das war richtig getimed. Ein Time-Job. Ja. So. Ich werde mal hier stehen. Na, ist doch jetzt so warm. Ganz ruhig. Gib mal das ein. Komm schon. Schaff mal. Ganz ruhig. Verschwinde doch mal. Willst du mich auf den Arm nehmen? Mann. Alles ungeschnitten. Mann. 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 So, jetzt kriegt Mariel ein Heizen ab. Bum Troll Bum Troll Bum Troll Bum Troll Troll Bum 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 Troll Endlich geschafft. Okay. Hier ist so ein Totenkopf drüber, damit man weiß, hier geht zum Boss. Seid ihr bereit? Ich halte den Button und los geht's. Bum 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber okay, das werden wir bestimmt noch hinkriegen. Ich schätze mal, wir schaffen das. Ich hab's ja schon mal angesprochen, diese 20.000 Sterne. Die zu kriegen ist hart. Aber es ist machbar. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Oh yeah. So. Was wollte ich euch noch sagen? Ah, nächstes Jahr bin ich auf der Gamescom. Ja, nächstes Jahr. Gamescom ist noch lange hin, Leute. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr auf der Gamescom bin ich. Ich werde mir einen Stift mitnehmen, falls ich irgendwelche Fans treffe. Um halt Unterschrift zu machen. Autogramm. Also. What? Also. Nächstes Jahr bin ich auf der Gamescom. Also 2016 bin ich dann auf der Gamescom. Und ja. Ich hoffe dort auch mein E-Duel Let's Play Marcus zu treffen. Oh. 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 Wenn ihr dort seht, könnt ihr mich ruhig ansprechen. Ich werde euch ein Autogramm geben, wenn ihr das wollt. Oder ein Bild mit euch machen. Ich könnt ihr gerne machen. Wir werden ja sehen, wie viele Abonnenten und Aufrufe ich dann bis zur Gamescom habe. Denn jetzt bräuchte ich da noch keine, jetzt bräuchte ich noch nicht so wirklich einen Stift mitzunehmen, weil bisher habe ich ja 53 Abonnenten und 11.000 noch was aufrufe auf dem Kanal. Und nächstes Jahr Gamescom, vielleicht habe ich da schon 100 Abonnenten und 100.000 Aufrufe oder so auf dem Kanal. Ich hoffe dort auf jeden Fall mein E-Duel Let's Play Marcus zu treffen. Ich werde das aber nochmal ansprechen, bevor die Gamescom losgeht. Wir müssen eine Karten nur schon vorbestellen, sobald das losgeht mit dem Kartenverkauf. Ich gehe mit meinen Eltern vorbestellen, damit ich dann auch dort erscheinen kann. Und ich werde euch das nochmal ganz genau ansagen. Keine Sorge. Kurz bevor die Gamescom losgeht, sage ich euch nochmal Bescheid, wann ich dort bin. Ist ja noch ein bisschen hin. Nächstes Jahr im August oder so. Also, ja, mal hin. So. Wir sehen uns in einem anderen Part wieder. Schaltet wieder einen Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Und Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.